Gut, dann werden wir hier noch die restlichen Wegeaktionen durchführen und dann geht's offiziell weiter mit dem zweiten Kapitel von Olberic. Dennoch weiß er, dass ein Speer kaum mehr als ein pflichtiger Eindruck seiner eigenen Überzeugungen ist. Wow, imperiale Lanze. Krass. Ganz schön stark. Marktschreier, 38 Jahre alt. Spitzname der Mann der 100 Fäuste, Größe 3 Ellen, eine Spanne, Gewicht, 9 Stein. Ich weiß, ich weiß, das ist ein albener Name, aber versucht einmal ihm das zu erklären. Vielleicht nachdem ihr ihn mit Feuer, Wind oder Dunkelheit belegt habt. Es gibt allerdings keine Waffe, mit der ihr euch einen Vorteil verschaffen könntet. Okay. Tömer Hockbogen. Zaubergewand. Der ist aber jetzt nicht besser, oder? Hm. Oh. Aber für Therion ist er schon wieder ein bisschen gut. Ja, dann nehmen wir ihn mal. Ach ja, stimmt. Ich hab ja hier... ...das Bärenhackball. Ja, okay. Für Alphen. Das Bärenhackball hat gelegentlich fysischen Angriff des Ziels. Oh, schön. Der fysischen Angriff steigt und krit. Gut. 1, 2, 3, 4. Äh, ich mach's mal mit Olberic. Mal gucken. Vielleicht hab ich mit dem ein bisschen mehr Glück. Oh, der hat keine Schwäche. Oh, der hat keine Schwäche. Das sind, glaube ich, immer so Hinweise. Oh, der Alter aber kann schön was aus. Das kann jetzt noch ein bisschen langer werden. Ja. Oder zieht der Axe mehr ab? Ah, ne, der Axe zieht mehr ab, okay. Ah ja, jetzt hat er schon die Hälfte von seinem Namen verloren. Ja, komm, ich möchte aber jetzt gleich tot sein. Okay, er ist im roten Bereich. Ja, komm, jetzt geht's. Okay, ich riskier's mal lieber nicht. Oh, ne rote Kiste. Mit Silber gefüllter Beutel. Doch, für 135 Jahre. Deckname Mikheil, der Atemlose. Größe 6 Fuß, Gewicht 157 Pfund. Schwächenschwerter, Sperre, Deutsche. Okay. Uh, von dem kriegt man aber einiges. Tröstner, Samen. Nochmal. Und die kaufe ich dann, okay. Goldzweil. Goldzweil. Zuschauer, 20 Jahre alt. Deckname... Was? Die Klaunen. Größe 4 Alt, Gewicht 9 Stein. Hilda, die Klaunen. Sie versteht keinen Spaß. Das sollte euch alarmieren. Setzt direkt auf Scherter, Stäbe oder Eisenangriffe. Sonst macht sie euch im Handumdrehen alle. Okay. Hm, ich vermute mal, hier im unteren Bereich wird wohl das verborgene Objekt sein, oder? Ja, nein, vielleicht. Nee, doch nicht. Okay. Dann wird es doch hier irgendwo sein. Ach, da oben. Kann ich da jetzt vorbei, ohne was auszulösen? Äh, wie komme ich denn da jetzt hin? Äh, wie komme ich denn da jetzt hin? Hä, bin ich blind? Hä? Ich weiß jetzt nicht, wie man da jetzt hinkommen soll. Okay. Hä? Hä? Wie soll man da hinkommen? Keine Ahnung. Hm, keine Ahnung, wie man da jetzt hinkommen soll. Kein Plan. Spitzer Dolch, Falkendolch, Silberdolch. Na, das ist ein schwächere Dolch hier. Das weiß ich ja jetzt schon. Geschwätziger Dorfbewohner, 26 Jahre alt. Ellys Mutter war eine echte Schönheit. Ja, das war sie. Hab gehört, dass die Männer hinter ihr her waren. Wie verrückt. Aber jetzt ist sie tot, oder? Vielleicht hat sie einer der Götter des Nachts geholt, oder die Monster aus dem Wald haben sie weggezerrt. Kann alles möglich sein. Blendstaubflasche. Schatten Seenstein M. Und nochmal. Gut. Ah ne, dreimal ich jetzt auch nicht mehr. Ist er das? 26 Jahre alt. Dieser Schwertkämpfer übt täglich, um den Erwartungen seiner Heimatstadt gereicht zu werden. Er kommt aus einer armen Familie und zeigt als Kind wenig Talent für den Schwertkampf. Da man ihn aber unablässig hänselte, konzentrierte er sich auf sein Training und wurde schließlich zu einem respektablen Kämpfer. Obwohl ihm die Erinnerung an seine junge Zeit immer noch schmerzt, verliert er seine Überzeugung nicht und sucht weiter nach Erlösung. Göttliche Klinge. Toll. tot 5 Jahre alt. 25 Jahre alt. Deckname Topfjunge. Größe 4 motion. Gewicht 11 Stein. Ihr Kämpft gegen Johnny. Oh je, der Junge hat doch keine Ahnung, welche Welt der Schmerzen ihn da erwartet. Pickt ihn mit dem Speer oder zieht ihm eins mit dem Stab über. Oder aber gibt ihm richtig Feuer. Preisnachlass im Gasthaus. Okay. Wir nehmen eine Würze, schädlicher Staub und nochmal schädlicher Staub. Gut. Was kann man von ihm da klauen? Eine Pelzkappe und Viktors Speer. Okay. Cecele, 21 Jahre alt. Spitzname, die Münzenzählerin. Größe 3L, eine Spanne. Gewicht geht euch nichts an. Oh gut. Hab noch nie etwas von einer verdammten Münzenzählerin gehört, aber intuitiv würde ich sagen, dass hier alles möglich ist. Schwerter, deutscher Stäbe. Ihr könnt natürlich auch versuchen, sie in Flammen aufgehen zu lassen. Nette Beschreibungen. Ja, dann habe ich ja erstmal alles. Was könnte man denn hier kaufen? Platinschwert. Aber die Genauigkeit, die sinkt ziemlich stark. Boah, 42.000, ey. Krass. Aber das ist verdammt gut, ey. Gargantur-Schild. Gargantur-Schild. Mhm. Hm, die brattvolle Weste, die wäre sogar für Alphen ziemlich gut. Also nicht ziemlich gut, aber ein bisschen gut. Ja, kaufe ich mal einmal. Gut. Aber ich bekomme sowieso jetzt schnell Geld wieder zusammen. Gut. Wie gesagt, den Rest werde ich offscreen mit Tressa wieder freikaufen. Das waren ja wirklich ein paar Sachen dabei, die wirklich höchst interessant waren. Ach. Ja doch. Im Moment war ja gut, dass ich erstmal gehalten habe. So. Dann werde ich mal wieder die Gruppe wechseln. Tressa gegen Therion und Alphen gegen Ophelia. Genau. So. Los geht's. Ich glaube, jetzt beginnt das Turnier. dragonfone. Ja. Jahrhauer. elegance. Und helici. Ich bin. istero. Ja. Ja. نے meine seat.